Okay, jetzt geht's los. So. Ihr habt nicht ge... Hallo? Schieß doch, komm. Oh ja, oh ja, alles gefällt. Aufpassen. Okay. Und da kommt keiner. Okay. Wir haben ein bisschen Laufzeit, so wie es aussieht. Ruide. Okay. Oh Gott, ich kann nicht rollen. Warum kann ich nicht rollen? Das ist ja unfair. Okay, vorsichtig. Komm, wir müssen hier nicht direkt drauf gehen. Seid ihr denn alle? Da? Ah, fuck, ich kann das gehen so nicht, ne. Die schießen sogar früher als ich. Das ist nicht gut. Kommt jetzt von überall, oder was? Das werde ich niemals überleben. Ich habe keine Rolle. Ich kann nicht rollen. Scheiße. Das ist nicht gut. Einfach hier durch. Nochmal kurz scannen. Die sind alle unten. Ah, ich gucke auch genau, wo die sind. Ich treffe die nicht. Okay. Nicht schlecht. So, wir nehmen die Treppe. Ausweichen. Eine down. Ich treffe einfach nicht. Nödes Geländer. Ich hasse Geländer. Ich habe Geländer noch nie gemacht. Nee, komm. Bevor die mich noch später irgendwann nerven. Die müssen weg. Ich gehe jetzt hier auf die Treppe. Und jetzt schieße ich. Perfekt. Schön alles töten, was zum Töten ist. Und jetzt weiter. Ich bin bereit. Komm. Füße Kontrolle. Ah, okay. Okay, okay. Boah, da. Boah, da. Machen die das wieder auf? Nicht lauf. Hey. Machen die es wieder auf? Ich muss hinter mich gucken. Ich habe Angst. Die machen noch safe gleich die Türen auf, oder? Ach, die Kappe. Oh Gott. Wenn die jetzt von hinten kommen, war es das. Hallo. Zeig, zeig, zeig. Ey, 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 ey. Er macht witzige Sachen. Nein, lad nach. Du bist allein, Kumpel. Wer soll die Deckung... Er ist nervig. Und er ist jetzt endlich tot. Wo ist der... Wo sind weitere Gegner da hinten? Ist der hinter das? Er hat nur drauf gewartet. Fuck. Ist irgendwo eine Sammelküste? Ich halte es nach den Ausschau. Kann ich nicht so machen? Na eben, ich kann doch das Visier so machen. Und jetzt? Kann ich? Haha. Clever. Sammelküsten hier irgendwo? Irgendwo Sammelküsten? Weiter geht's. Sorry. Oh, komm. Ja, von hinten war es auch klar. Es war also klar. Nee, ich überlebt es. Wahnsinn. Es tut mir leid. Ich will das gar nicht. Es gibt so viele Räume, aber wenig Sammelküsten, muss ich schon mal sagen. Da oben ist einer. Hey, einer im Geländer oben. Oh, Mann. Wir haben halt so wenig Leben, Mann. Boah, ey. Ich wünsche, ich hätte eine Rolle, gell? Es würde mir so viel weiterhelfen. Guckt euch an, wie viele Räume es gibt. Ich würde gerne mal ein bisschen erkunden. Aber die könnten so viel Sammelküsten verstecken, aber machen sie nicht. Wie kommt man überhaupt hier hoch? Kommt man hier überhaupt hoch? Ich glaube nicht. Leute. Ich habe Angst. Ich glaube, hier haben wir ganz kurz. Cool, oder? Okay, ich bin bereit. Ja, war so klar. Wenn jetzt hinter mir kommt. Wenn ich jetzt hinter mir komme, wäre. Jo, klar, ist klar, ist. Hinter mir, hinter mir. Das ist doch gemein. Das ist doch echt gemein, oder? Machen die hinter mir, die... Hat keiner gesehen. Ja, von wo muss ich denn jetzt hier starten? Was wollen die denn von mir, wo ich hier wieder starte? Okay. Scan. Da oben. Ey, das ist doch krass, wo ich hier wieder starten muss. Schaut euch an, wie er läuft. Hab ihn. Ist er der neue Held? Okay, er rennt. Didn't see that coming. Mein Gott. Ah, die spawnen auch einfach mal. Einfach mal so, wo sie wollen. So. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe nichts zu tagen. Ich bin unschuldig. Trifft ihr mich? Fuck. Warum habe ich keine Rolle? Ich brauche die Rolle. Ich brauche die Battlefront-Rolle. Jetzt kommen sie gleich wieder alle von hinten. Ah ne, erstmal kommt hier noch ein bisschen Party. Okay. Ich muss mich ja jetzt so gesehen hierhin stellen und... Ich muss die Tür da an der Seite im Auge behalten. Ich muss die Tür da an der Seite im Auge behalten. Eben. Jo. Ich bin ungeschnürt. Ich bin ungeschnürt. Ich bin ungegelt. Ich bin ungegelt. Ja, der kommt von oben. Kann ich weiter? okay ich hoffe ganz locker wenn es noch wenn das ist halt das ding vor mir ist überhaupt kein problem wenn die hinter mir auf einmal kommen bei einer verschlossenen tür was soll ich und dann machen scheiß drauf weg da weiter weg hier und kann was aus dem überraum kommen danke weißt du also kommt ein also ich habe mir ein schönes örtchen ausgesucht und dann kommen die von hin machen sagt so die tür auf und ohne verluste sie sind also immer noch die nummer zwei die sprung berechnungen waren perfekt danke ma'am ich hoffe die landung war erträglich hatte schon schlimmeres weißt du noch der jarvis angriff das verfolgt mich immer noch und die nachricht die position der flotte ist sicher heute stirbt die rebellion star wars battlefront 2 als wäre es erst heute rausgekommen einige zeit später wir sind über ende die szene kennen wir irgendwo her holen sie mir den inferno trupp war das eigentlich in echt auch so war der entferne traut wirklich auf ende woher zu ergreifen wie ist der status des todessternschild generators schlimmer als erwartet keine chance wieder flott zu bekommen dann ist unsere kampfstation angreifbar rebellen eliminieren und rückkehr zur corpus der plan des imperators muss klappen das war's mit der heutigen folge von star wars battlefront 2 das gerne like und abo da wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und tschau